Der Fahrgastbegleitservice kann von allen Fahrgästen, allen Kunden in Anspruch genommen werden. Wir unterstützen alle Kunden, die möglicherweise in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder auch nur vorübergehend. Wir unterstützen beim Einkaufen alles, wo wir dem Kunden helfen können. Der Fahrgastbegleitservice wird von sehr vielen Kunden in Anspruch genommen, nicht nur von Senioren oder von mobilitätseingeschränkten Kunden. Wir haben auch Sehbehinderte, wir haben auch junge Leute, die nach einem Sportunfall einfach unsere Unterstützung brauchen. Unser Begleitservice ist für unsere Kunden kostenlos. Der Kunde benötigt zur Fahrt nur die Fahrkarte. Also die Begleitung ist im ganzen Stadtbereich möglich, bis zum Flughafen einschließlich. Von montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr und jetzt neu samstags von 10 Uhr bis 17.30 Uhr. Unser Fahrgastbegleitservice können Sie buchen, derzeit telefonisch. Und wir empfehlen immer eine Vorlaufzeit von mindestens einer Woche, da unser Service sehr schnell ausgebucht ist und von sehr vielen Kunden genutzt wird. Die Fahrgastbegleiter sind für unsere Kunden Unterstützer, Berater, Helfer, aber auch ein guter Freund, der einfach zuhört, der einem die Aufmerksamkeit und die Zeit schenkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017